Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind Forscher. Wir wollen das Rennen um den besten Forscher gewinnen. Wir gehen hier langsam zur Startlinie. Bevor wir starten, müssen wir noch so viel Papier unterschreiben und so Transaktionen führen. Das ist so anstrengend, was wir alles nicht mehr machen wollen. Dann laufen wir langsam los. Wir gehen davon das erste Transportmittel, und zwar auf Schiff. Das ist so anstrengend im Meer mit den Wellen. Wir müssen uns schnell fortbewegen. Dann gehen wir aus dem Meer raus und wechseln aufs Trottinett. Wir fahren mit dem Trottinett. Das erste Stück. Wir müssen fest angehen. Wenn wir durch die Wassergräbe hüpfen, müssen wir uns hochspringen. Das ist so anstrengend. Dann wechseln wir vom Trottinett aufs Ross. Wir gehen die letzte Strecke mit dem Ross weiter. Wir sollen auch bei unserem neuen Kontinent sein. Wir müssen uns noch etwas die Ross antreiben. Schnell, schnell! Dann sind wir bei unserem Kontinent angekommen. Das erste, was wir machen, sind so Ausgrabungen. Wir schauen, was wir alles finden wollen. Jetzt haben wir vielleicht den Schatz gefunden oder sonst etwas. Dann machen wir uns auf die Suche nach Ureinwohnern. Wir sind aber echt schön Leute, die auf dem Kontinent leben. Wir senden hier und die kommen zum zweiten. Und dann kommen wir zu so einer Felsenwand. Die müssen wir hochklemmen. Oh, das ist mega anstrengend. Nach der Felsenwand müssen wir uns vor den Dschungel kämpfen. Und dann gehen wir von den Dschungel durch das Wasser. Wir müssen durch tiefes Wasser durch. Das ist mega zuftig am Boden. Oh, das ist voll anstrengend. Nachher schauen wir mal. Jetzt sind wir dann endlich weg von den Einwohnern. Können wir ganz normal ein wenig rumlaufen. Wieder ein wenig ausschnauben. Und jetzt wissen wir aber, Oh Gott, das Rennen geht langsam ins Ende. Wir müssen langsam zeigen, dass wir die beste Wurst sind. Darum machen wir noch einen Schlussspurt. Und jetzt sind wir sie. Ja!